hallo herzlich willkommen ein kleiner tipp seit graumer zeit gibt es bei firefox einen pdf betrachter wenn man eine pdf datei anklickt wird diese geladen und man kann sie sich anschauen in einem javascript pdf betrachter die kann man dann lesen durch stöbern ausdrucken speichern und so weiter wenn man diesen integrierten javascript pdf betrachter nicht haben möchte also deaktivieren möchte geht man wie folgt vor man gibt ein about doppelpunkt config sucht nach pdf und das ist die richtige einstellungsmöglichkeit pdf js punkt disabled also ausschalten man macht ein doppelklick so dass dann als wert dasteht und jetzt einfach neu laden und noch mal draufklicken auf die pdf datei und dann wird die pdf datei heruntergeladen und viel glück 1